Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Episode Samstags-Shit. Ich möchte die werten Zuschauer darauf hinweisen, dass die drastisch inszeniert und grafisch detailliert aufbereiteten Gewalttaten gegen menschliche Spielfiguren die Spielhandlung prägen. Die folgenden Szenen könnten Plagg auf ihrer Großhirnrinde erzeugen. Viel Spaß. Kennen Sie das Prinzip des Stream Snipens? Bei einem Survival-Shooter beispielsweise geht der gemeine Zuschauer in den Stream seines Opfers, joint nach auf den Server und tötet das Individuum. Die Pizmiets. Die spielen das für sich, wahrscheinlich, machen die auch gerade eine Aufnahme. Ich habe die jetzt zufällig gesehen. Die werden jetzt komplett weggesnipet. Sind wir jetzt... Nein, ich will nicht mit die in einem Team. Ich mache dem eine Haftmine dran. Anti-Tank-Granate, Dynamit. Wo ist Bram? Bram ist tot. Pizmiet. Der gemeine Pizmiet wurde erschossen. Ich will nochmal neu spawnen. Das war effektiv. Bramen. Deploy. Tschüss, Bram. Oh, er kann sich nicht... Tschüss. Wir wissen die, dass ich das bin. Stürttt! Mann! Dass man die nicht töten kann. Bram! Das funktioniert nicht. Team-Setup. Die Herren Pizmiets sind für mich nicht targetbar. Da hier in diesem Spiel Friendly Fire aus ist. Scheiße. So, Sniper. Wir schalten den gemeinen Pizmiet aus. Wo ist der Pizmiet? Dort, droben. Schuss! Treffer! Schuss! Oh. Schuss! Schuss! Au! Schuss! Au! Schuss! Ah! Ja! Du Sau! Oh, hier kommt noch ein Feind rein. Aha! Und Schuss! 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 Der Feind! Schuss! Ah! Schuss! Ja! Schuss! Schuss! Ja! Ich treffe mit dem Drecksgewehr keinen Ein... Schuss! Nee, zu hoch. Ja! Ich hab den erwischt! Aber er ist nicht gestorben, das wär einfach... Das... Wow! Ansturm! Oh! Schuss! Ja! Wer war das? Ich will wissen, wer das war! Pete Schmied! Oder ist ein Panzer? So! Der Feind! Verlockern, Pete Schmied! Ja! Kessel Mack ist Platz 1, Pete Schmied Platz 2, Bram Platz 4, Bramen! Es ist 40 gegen 40, die Chance, dass ich einen von denen wegknall, ist halt ultra gering. Verstehen Sie, meine Herren? Nein! 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 Ich weiß, wo sie sind, die sind bei F, die sind bei F, die sind bei F! Nein! Jetzt ist da kein Verbündeter! Ich muss da schnell hin! Ich muss da schnell hin! Pete Schmied! Bist du noch hier? Nein! Okay, das Stream-Snipen... Ich will's mal vorsichtig ausdrücken... Äh... Ne? Pete Schmied! Wo seid ihr? Alter, wir haben gleich gewonnen! Wir müssen noch vier killen! Ja! Er schießt sie! Jo! Vorrücken! Da! Ja! Vorrücken! Ja! Vorrücken! Ja! Okay, äh... Es kommt gerade das Angebot, mich mit dem Feind zu verbünden. Ist natürlich mehr Spaß! Ich nehme das Angebot des Türken an! Beziehungsweise der Pete Schmieds! Jetzt bist du da! Ja, jetzt bist du spät! Wir sind gerade fertig mit den Aufnahmen! Hallo! Hi! Ja, zock doch noch weiter, oder? Ne, wir sind gerade tatsächlich durch für heute! Ah, Mann! Der Peter hat mich leider einmal weggemacht! Ich hab dich einmal weggemacht?! Jawohl! Ja! Und dann hab ich euch die ganze Zeit gesucht, aber immer andere erschossen! Ja, du bist dann ja... Du, am Anfang warst du bei uns im Squad! War mega nice! Da wollte ich euch töten, aber es ging halt nicht, weil... Wow! Weil... Friendly Fire... Ja, du auf der gleichen Seite warst, ja! Friendly Fire... Ja, ich hab die ganze Zeit Minen neben euch geschmissen und hochgejagt und so, aber es ging nicht! Was bist du denn für ein Spako, Alter? Dann hab ich's Team gewechselt! Tut mir leid, wir sind gerade durch! Der gemeine Türke hört auf mit Krieg für heute und macht Feierabend, deswegen snipen wir jetzt die... Ne, warte, wir machen... Wir machen Assault, oder? Ich... Der... Der Support hat mir echt gut gefallen! Wir gehen mal hier... Oh, Alter! Da sterben grad übel viele! Da geh ich hin! Zugriff! Erschossen! 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 Ja! Das ist aber hierbei irgendwie Gas! Oh, was? Da kam noch einer! Der Türke! Digga, was? Dort! Ja, die Panzerbrechende Munition ist ganz nett! Schöne Hobieze? Wie wär's? Okay! Ist okay! Ich steh hier nur! Schuss! Oh, weiter! Nachladen! Schuss! Da wurde einer erschossen! Da! Der hat auf jeden Fall Schiss jetzt! Ne, ne, ne! Gehen wir jetzt so hin! Mir reicht's! Schuss! Ahaha! Treffer! Das war Quickscope! Schuss! Schuss! Oh! Ich muss mich hinlegen! Oh Gott! Achtung! Der Feind! Alter, ich hab denen aber beiden gegeben! Die sind übelo! Schuss! Ha! Treffer! Ausgelöscht! Aus der türkischen Ruine! Oh nein! Ist er nicht! Oh! Der! Brennt! Wer war das denn? Ey, das muss aber nicht! Schuss! Schuss! Ich treff also so auf Nahdistanz schlag ich mich tatsächlich besser! Fuck! Nein! Ah, die Louis Gun! Da ist er! Er dackelt da! Der Feind! Ich hab grad seine Rübe gesehen! Oh mein Gott! Ich wollte grad abdrücken! Alter! Der Glücksengel! Weil wir müssen auch echt mal in ein Flugzeug oder so! Das seh ich halt schon so! Da seh ich mich! Ziel ist es! Feindliche Objekte unschädlich zu machen! Koste es, was es wolle! Und weg mit dir! Hab ich ihn! Direkt zum Feind fliegen! An Höhe gewinnen! Da unten sind die Flugzeuge! Wir fliegen drüber hinweg! Und nun! Auf den Panzer! Dort! Ist ein Reiter! Den! Schneck wird! Hab ich ihn! Kamikaze! Was mach ich denn? Kamikaze! Den schnapp ich mir! Komm her! Muschi! Baaaaaah! Biol! Ich lach so auf ihm drauf! Gesandwiched! Bitch! Ja! Ja! Oh! Da ist ein Bomber wohl! Ist er denn? Ja ist er! Achso! Verbündet da! Oh Gott! Aaaaaaaaahhh! Ich lebe! Waaahhhh! Habe ich ihn gefiget? Kamikaze! Nee doch nicht! Ja, ja! Oh noo, ich hab ihm im Flügel mitgenommen! Wir sollten jetzt abspringen! Wir sollten abspringen! Wir haben hierher Kameraden, okay, da hinten ist er, er sitzt da noch drin, er guckt nicht her, Granater, Ankündigung, Tschau, Sommerkamerad, was haben wir denn hier, Treffer, 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 Nachladen, er ist abgesprungen, der Reiter, LOL, ich hab das Pferd mit ner Flag getötet, nur den Reiter, ich bin ein Tierfreund, So, jetzt gehen wir ihm richtig, wo ist die Flag, wo ist er? Der hat noch geschossen! And then my friends, something strange happened. Zehn Genossen standen um ein Jeep rum und begutachteten diesen, als auf einmal einer in den Tank schoss. Alter, passt doch ein bisschen auf, bitte. Ah, ich muss dabei sprinten! Oh, Machtgefühle! Alter, die Waffe ist übersehen! Ich glaub, wir müssen mal mehr in Sachen rein, ne, in Gefährte. Das ist ja ein schöner Panzer, du! Dem rennen wir die Bude ein, durch da! Und ins Haus! Wo bist du, Sau? Ei, ei, tut mir leid, wir schicken nahe die Handwerker da oben! Der hat den! Fuck! Granate! Nee, wir müssen da raus. Zack! Oho, den hat's, äh, ja. Angriff! Zack! Und nachladen. Ne, wir gehen jetzt hier mal Guerilla angriffen. Zack! Vorrücken! Alleine in der Front! Die Fahne, erobern. Zack! Alter, die Waffe ist über-sick! Oh, fuck! We have taken objective Freddy! Fuck, Granate! We have taken objective Duff! Hör! 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 Ja, den krieg ich noch, krieg ich noch! Jawoll, den haben wir! Da ist einer! Kutscher D! Ha! Direkttreffer, Alter! Die Jeep ist auch sehr gut, um Leute umzufahren. So, ich bretter einfach mal ein paar von den Yankees über! GTA! Oh, Junge! Kannst du doch nicht machen! Man muss sich halt auch ranschleichen, wie ne Katze! Da! Ich seh einen! Scheiße! Scheiße! Okay, den, den machen wir weg! Oh! We have taken objective Duff! We have taken objective Duff! Bam! Was ich ja gerne mache, ist, mit Panzern, Flugzeuge ausschalten. Da haben wir auch schon das erste Objekt. Ja, da gehen wir mal schön auf ne Rampen. Da oben, da sitzt er! Hahahaha! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Vielen Dank.